In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine neue Bildserie erstellen können. In der begleitenden Übung werden wir zunächst unsere eigenen Aufnahmen in die Bildserie einfügen. Anschließend werden wir unsere Serie durch Bilder aus bestehenden Datenbanken ergänzen. Um eine neue Bildserie erstellen zu können, benötigen wir zunächst ein Manifest. Dafür gehen wir auf die Startseite des Manifest-Editors und klicken auf New Manifest. Unserem neuen Manifest geben wir einige Metadaten. Wir legen den Titel fest. Danach geben wir die Kurzbeschreibung an und setzen die Sprache auf Deutsch. Weiterhin können Angaben zur Herkunft und Lizenz gemacht werden. Nun fügen wir unserem Manifest die Bilder hinzu. Ein neues Bild wird auf ein Canvas platziert. Es muss also pro Bild ein Canvas erzeugt werden. Ein neues Canvas erstellen wir, indem wir unten links auf Add Canvas gehen. Es wird ein Stadthalter erzeugt. Wir klicken auf diesen Stadthalter und gehen danach in den Bereich Canvas Metadata. Dort klicken wir auf Add Image to Canvas. Es öffnet sich ein Popup-Fenster. Dort müssen wir die IIIF-URL des jeweiligen Bildes angeben. So wird ein neues Bild in die Serie aufgenommen. Auf diese Weise können wir sowohl unsere eigenen Bilder als auch diese aus bestehenden Datenbanken einfügen. Wenn wir unsere eigenen Bilder in die Bildserie aufnehmen möchten, müssen wir zunächst den Bildserver Cantaloo starten. Über diesen Server stellen wir dann das jeweilige Bild bereit. Falls Sie noch nicht wissen, wie das geht, sehen Sie sich diese Video-Tutorien an. Die IIIF-URL, die von Cantaloo erzeugt wird, ist auch die URL, über die wir unser Bild in die Serie einfügen. Beachten Sie dabei, dass der Mirador-Editor nur bestimmte Formen des IIIF-URLs akzeptiert. Als Parameter muss eine dieser beiden Varianten angegeben werden. Wir klicken auf den Button Submit und sehen nun unser Bild in der Bildserie. Unsere Bildserie können wir auch durch Bilder aus bestehenden Datenbanken ergänzen. Es gibt viele Institutionen, die ihre digitalen Bilder IIIF-kompatibel bereitstellen. Hierzu gehört zum Beispiel die Bayerische Staatsbibliothek. Auf dem Portal der Bibliothek finden wir diese Bilder. Wir suchen uns ein Bild aus, zum Beispiel dieses. Wir kopieren den zugehörigen Link der Manifest-Datei, gehen auf die Seite des Mirador-Bildbetrachters und öffnen das Manifest, indem wir die kopierte URL hier einfügen. Anschließend gehen wir auf das Bild und kopieren dessen Adresse, indem wir auf die rechte Maustaste klicken und danach Bildadresse kopieren wählen. Über diese Bildadresse, also die IIIF-URL, nehmen wir das Bild in unsere Bildserie auf. Die Aufnahme des Bildes in die Bildserie wird wie vorher erklärt durchgeführt. Unsere Bildserie ist nun erstellt. Jetzt müssen wir diese nur noch speichern. Dafür klicken wir auf den Button Save Manifest und wählen die Optionen Store Manifest Remotely und Store Manifest on Server. Wir kopieren die erzeugte URL der Bildserie und testen unser Ergebnis im Mirador Viewer. Also, um eine neue Bildserie zu erstellen, klicken wir im Mirador Editor auf New Manifest. Für jedes in die Serie eingefügte Bild erstellen wir ein neues Canvas und geben anschließend die IIIF-URL des jeweiligen Bildes an. Sobald die Bildserie erstellt ist, vergessen wir auch nicht das Manifest zu speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen!